Heute ist es halt so, solange ich an den Markt gehe und sage, ich hätte gern ein bisschen Recycling, sagen die meisten, oh, das will aber sonst keiner. In dem Moment, wo alle an den Markt gehen und sagen, wir wollen jetzt nur noch das, wird sich der Markt wahrscheinlich relativ schnell drehen.